Ich versuche es mal zu filmen. Unglaublich selten erfahren. Eine Nase hat auf einen Twister gebissen. Ich hoffe man kann es sehen. Und was für ein Brummer. Eine riesen Nase. Aber locker mal 4-5 Pfund. Wahnsinn. Ich werde die jetzt mal landen. Dann filmen wir es nochmal anders. Da ist die Nase. Und mal locker 5 Pfund. Ich will die jetzt auch gar nicht groß rausheben bei der Kälte. Die Schlüsse hier zwischen Wagen.